Der Schlüssel für Klimaschutz sind Elektrifizierung und Digitalisierung. Die Elektrifizierung erlaubt die CO2-arme Energieversorgung in allen Sektoren und hat den fantastischen Nebeneffekt, dass die Energieeffizienz durch die Elektrifizierung massiv vorangebracht wird. Nehmen wir als Beispiel das Elektroauto, das mit einer mehr als doppelt so hohen Effizienz fährt als ein Verbrennungsmotor, als ein Otto-Motor. Und das Gleiche gilt für viele, viele andere Stromanwendungen auch. Die Digitalisierung hilft dabei, all diese verschiedenen Stromanwendungen so intelligent miteinander zu verkoppeln, dass das volatile Stromangebot optimal genutzt werden kann. Die über 250 Netzwerke der Energieeffizienz- und Klimaschutzinitiative helfen dabei, all diese Ideen, diese Lösungen in den Markt zu bringen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern zunehmend auch international. Untertitelung des ZDF, 2020